Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei den Nachrichten. Bremen. Es ist etwas passiert! Wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, der Account Kultmirror wurde gesperrt. Komisch, dass es jetzt passiert ist, nach Plastikpokal Teil 3. Dann kam eine Mail, ja hier, dein YouTube-Video da, da ist Copyright-Material. Wenn das nochmal passiert, dann löschen wir deinen Account und all deine Videos. Denn die Nachricht habe ich heute um 3 Uhr morgens bekommen. Heute stehe ich mal so voll früh um 13 Uhr nachmittags auf und bekomme einen Anruf von Süßi, hey, dein Account wurde gelöscht und ich so, scheiße. Und dann habe ich das auch eingegeben und geguckt und gedacht, scheiße. Und dann habe ich die Mail gelesen und gedacht, scheiße. Die haben mir nicht mal einen Tag Zeit gelassen, um die ganzen Videos zu löschen. Also, sonst hätte ich meinen Account ja noch, nur eben ohne die Synchros. Und ja, wie es jetzt weitergeht, weiß ich auch nicht. Ich werde auf YouTube bleiben. Ich werde auch weiter Videos machen. Videos, die kein Copyright-geschütztes Material haben, werde ich wieder re-uploaden, damit ihr die hier auf diesem Kanal Extreme Cold Mirror angucken könnt. Zum Thema Synchros. Ähm, wird es in dieser Form auf YouTube nicht mehr geben. Das heißt aber nicht, dass es sie gar nicht mehr gibt, okay? Ich habe was im Auge. Oh, ich hätte mich nicht schminken sollen. Das Tolle daran ist, also es ist merkwürdig, ich bin gar nicht geschockt oder groß den Tränen nahe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe über Jahre ein großes Haus gebaut, das jetzt zusammengekracht ist oder nein, vielmehr platt planiert wurde von einem großen Panzer. Aber ich habe die ganzen Jahre an dem Haus ziemlich rumgepfuscht. Und man kann auch sagen, Fenster und Türen von dem Haus habe ich auch geklaut von Nachbarn. Aber ich habe sie neu angemalt und dann gesagt, sie gehören mir. Ja, und die Leute fanden dann das Angemalte viel besser als die Tür an sich. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Ich versuche einfach alles neu aufzubauen, will ich damit sagen. Und ja, das Tolle daran ist, dass es jetzt keine Kommentare mehr gibt wie Ey, mach mal Synchro-Teile weiter, alles was du machst ist scheiße, alle deine Videos sind scheiße, aber Harry Potter mag ich, mach weiter. Okay. Ja, also das war es von mir. Tschüss, Kinder!